Der Mikrokosmos-Supermarkt Eine von diesen ist Anna. Ihr ist die Welt des Supermarktes vertraut, vielleicht sogar zu vertraut. Vom hintersten Winkel des Kühlregals bis zu den einzelnen Marotten verschiedenster Kunden drängt sich alles in ihr Leben, bis dieses mit dem Alltag des Supermarktes verschmilzt. Hallo, mein Name ist Anna. Ich habe acht Jahre in einem der großen Supermärkte gearbeitet, einem Megastore eines bekannten Discounters. Zuerst, um mein Studium zu finanzieren, danach, weil ich keine meiner Ausbildungen entsprechende Anstellung fand. Und somit bin ich geblieben. Doch sehen Sie selbst, kommen Sie mich besuchen und ich zeige Ihnen meine Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018